KI-Unternehmen in bestimmten Bereichen erst mal machen lassen, möglichst ohne Bürokratie, versucht der grüne Wirtschaftsminister zu erklären. Deswegen wollen wir regulieren, dass sie sich selbst regulieren. Das klingt wie ein Widerspruch, dann könnt ihr es doch gleich vorgeben. Das ist aber eine sehr clevere Lösung. Einige Digitalpolitiker haben da Zweifel. Das Problem an Selbstverpflichtungen ist, dass in der Regel die mitmachen, die sowieso schon ein funktionierenderes Gewissen haben. Und diejenigen, die frei von guten Werten sind, diejenigen, die die potenziellen schwarzen Schafe sind, die reagieren nicht von alleine. Die brauchen eine Regulierung und eine Regulierung, die auch scharfe Zähne hat. Die vorgeschlagene Selbstverpflichtung hätte die nicht. Wer sich nicht dran hielte, müsste auch erst mal keine Strafe befürchten. Hochproblematisch finden auch Digitalaktivisten.